So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Uuuuh, was gibt's denn diesmal wieder zu erledigen? Sie ist schon relativ weit gekommen. Mich würde es aber volle Wäsche interessieren, wenn man vielleicht so eher dieses Verbrechen quasi nachmachen würde, wie sie halt damals in den Rollstuhl gelandet ist. Das würde ich halt extrem feiern. Hör mal, falls du an deinem Dad zweifelst, solltest du etwas wissen. Er hat den Rad der Eulen nicht gedeckt. Ein paar der Fälle hat er gelöst. Nicht nur ein paar. Er hat den Rad bekämpft, auch wenn er nichts über ihn wusste. Hätte ich wissen sollen. Es ist nur... Vielleicht kannte ich ihn nicht so gut, wie ich dachte. Du wolltest Beweise. Genau wie Bruce. Hätte sie früher finden sollen. Ich war Oracle. Ich hatte Zugang zu jedem Computersystem in Gotham. Wie konnte mir etwas wie der Rad entgehen? Du meinst, wie ist dir bloß der böse Geheimbund entgangen, der sich vor uns allen verborgen hat? Jahrhundertelang. Ich meine, selbst dein Dad und Batman haben nichts von ihm gewusst. Wenn du so redest, klingst du wie Dick. Danke. Also, der Moment ist mir meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig gewesen. Weil halt einfach quasi dann endlich mal sowas da war mit, dass sie sich selbst ein bisschen geärgert haben, dass sie halt einfach von diesem Rad halt überhaupt nichts wussten. Und das hat mir meiner Meinung nach extrem gefehlt. So was genau gerade, so was hat mir wirklich sehr, 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 sehr stark gefehlt. Dass man halt wirklich einfach so sagt so, hörst du, Digi? Dies, dies und dies, da fehlt doch so einiges. Da brauchen wir noch so einiges. Was ist da los, das, das, das oder dies? Das finde ich wirklich gut. Finde ich wirklich gut. Okay, bei dir auch Shinobi und Dämon. Ich weiß nicht, ob es das bei dir gibt. Ja, bei dir kann ich ja gar nichts herstellen. Bei dir ist ja der komplette Scheißdreck da. Bei dir ist ja gar nichts. Ja, Gott sei Dank gibt es wenigstens, ja, da teilen wir wenigstens das ein oder andere Gute miteinander, immerhin. Da haben wir schon da gerade ein bisschen Sorgen gemacht, dass da gar nichts gibt für die. Also wirklich, gar nichts, gar nichts. Es hat da jetzt schon fast ein bisschen Sorgen gemacht. Aber nein, einmal ansatzweise so stark ist sie, nein, einmal irgendwie. Weil leider Level 10 sind wir nicht ab, aber pff. Das kann was werden. Das, das kann definitiv was werden. So, was nehmen wir da am besten? Uh, uh, okay, kritische Chancen bin ich schon mal wichtig. Mhm, mhm, mhm. Okay, schauen wir sich mal das Neue hier an. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Das ist ein Greifhaken. Mhm, 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 mhm. Das nehme ich mal fix. Das kann schon mal definitiv dazu. Oh, ja. Aha. Okay, mhm, mhm, muss es jetzt zwar nicht unbedingt sein, aber ist schon ein Hit. Ist schon ein Feini. Ja, nehmen wir sich auch noch so eine Drohne dazu. Oh, ja, 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 so eine kleine Kombi zwischen alles drum und dran, wir vielleicht gar nicht mal zu uns wieder. Ja, dann hätte ich gesagt gehabt, dann können wir eigentlich hier schon wieder ein bisschen spazieren gehen in der Welt. Ja, wieder was zum Turnen. Na warte, komm schon runter mit dem sexy Ass. Das krieg ich einfach nicht in mein... Magst du den neuen Look? Dieser Ort ist bemerkenswert. Und um einiges heller als die Betthöne. Mir gefällt der Glockenturm so. Voller Leute. Bruce gefiel es auch. Ganz bestimmt. Denn das hier ist ihr Zuhause. Das ist Gotham auch. Und wie Bruce werden wir es alle beschützen. Egal, wie schwer es wird. Der Schutz von Gotham ist ein schweres Unterfangen. Master Bruce war sich dessen bewusst. Also hat er dafür gesorgt, dass sie alles haben, was sie dafür benötigen könnten. Das überrascht mich nicht. Für einen kurzen Moment habe ich mir eigentlich gedacht, dass wir jetzt eigentlich genau eins zu eins genau das gleiche wieder werden, wie vorher. Was wir eigentlich schon mit dem Robin geredet haben. Na Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Für einen kurzen Moment habe ich mir schon da hochgekommen. Na, muss es jetzt ehrlich gesagt sein? Oh, natürlich. Hier haben wir noch heute Ich hätte einmal gesagt gehabt, außer mit uns, ich hätte einmal gesagt gehabt, außer mit uns, tun wir mal vielleicht das ein oder andere Verbrechen bekämpfen, schauen wir, was halt noch so nebenquests technisch oder sonst halt noch was weitergeht, was wir halt so quasi irgendwie in der Welt machen können. Und das wäre auch einmal endlich mal ein bisschen Gleiten, das wäre nicht schlecht, dass wir das auch einmal hier ein bisschen kurz einmal sagen. Hörst du, wie gefällt uns das, das Gleiten? Ich möchte mit Ihnen über einen Hassbefehl sprechen. Aber sie neigt eh nach unten. Okay, passt. Es ist halt jetzt nicht wie in der AKM-Reihe, aber es ist wenigstens was. Es ist definitiv besser als wie vorher. Definitiv. Definitiv besser. Einheiten zum GCM-Tower. Und wurden Spannungsschwankungen gemeldet. Vorsichtig vorgehen. In der Hoffnung, dass ich mich halt wenigstens nur für eine kurze Zeit wenigstens gar nicht sieht. Okay. Ich sehe schon den ersten Prozent. Ich sehe schon den ersten Prozent. Fällt mir nicht. Fällt mir mal definitiv nicht. Komm her, Burle. Komm her. Hey, nicht ausweichen bis der Eppert. Der macht das schon wieder mit seinen Blutzen. Was ist das, das du Deppert? Was schierst du denn, das du Deppert? Hey, lustiger. Hier bin ich. Komm her, komm her. Ja, der ist ein Arsch. Wie viel Schaden mache ich? Eigentlich geht man nicht mehr so schlecht. Ich hätte mir jetzt definitiv schlimmer vorgestellt. Definitiv schlimmer. War auch gleich relativ lang. Das ist mir so ein bisschen jetzt gerade aufgefallen. Wie wer? What? What? Das kriegt er jetzt zurück. Das kriegt er jetzt zurück, Alter. Fick dich, Alter. Fick dich. Aha. Aha. Oh, da kassiert er. Da kassiert er. Briesen. Mhm. Mhm. Oh, aufpassen. Das könnte es uns ein bisschen zu heftig werden. Chill, 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 chill. Ja, ja. Bisschen Abstand. Lass dir ja immer Corona. Der ist schestrig. Der ist ja nur immer da am Start. Ja, das war aber zwar die falsche Richtung. Aber wurscht. Wunder. Lass dich jetzt wenigstens mal gescheit bekämpfen. Oh. Äh, der hat schon 43%. Ich sollte mich da, glaube ich, dann doch lieber mal ein bisschen beeilen hier. Oh, scheiß Wichser, Alter. Oh, scheiß Wichser, Alter. Das ist Pisser, Alter. Mhm. Mhm. Der hat schon kassiert. Der hat richtig schön kassiert. Ja, da kommen halt die neuen. Wihda. Hier spielt die Musik geschissen. Wir gleich wieder einfach weiter machen will, der Brie. Alter. Das sind schon 50%. Fick dich. Geh weg von dem Blödsinn. Oh, schön, 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 schön. Weiß ja nicht, wie viele jetzt da noch nachkommen werden, aber es kommt fix doch irgendeiner. Hab es doch wieder einer weniger. Das ist wichtig. Mhm. Opa. Opa. Pro 10. Es geht weiter. Scheiße. Muss aufpassen. Muss aufpassen. Äh, es geht so fix doch aus. Na, na, immerhin. Na, immerhin. Hey. Hahaha. Ich genieße es richtig. Komm, Zea. Wer will einen debuffen? Opa. Okay. Kommt schon. Ich brauche hier eine kleine Herausforderung. Kommt schon. Hm. Schöner Finisher. Hey, ich hoffe es, dass du noch mehr kommst. Wird schon wieder scharf geschossen. Ah, so einer ist das. Chill. Chill, chill, chill. Hey, vergiss dich jedes Mal, dass der halt ein bisserl sich wehren kann, der Brie. Das wollte mir grad nicht. Eigentlich wollte ich grad was anders ausnehmen, das ist aber wirst. Alter, wer die ganze Zeit mit zu einer drecks missgeboten Waffen da herum zielt. Ist eh klar, dass das nie was wird. Hm, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Gib er mal, der Gib er böse. Nee, der hump fertig ist. Nächster, bitte. Alter, pika mir jetzt endlich mit seiner scheiß Waffen do. Lutschschwänze, Alter. Oder irgendwas legt mir marsch. Fick gern, Alter. Fick gern. Und den Ackle. Und den und den. Ach, da kommen wir noch mehr. Super. Oh, Drohne. Oh, 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 oh. Wart, 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 wart. Die erledige gleich. Das mach ich lieber jetzt. Das mach ich lieber jetzt. Passt. Sehr gut. Uh. Sehr gut. Oh, da hab ich jetzt nicht gerechnet. Da hab ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Mhm. Mhm. Kommt jetzt noch her, oder? Oh, 70 Prozent. Also, sind wir nicht besser. Mit schon langster Zeit. Es kann noch mehr herkommen. Mhm. Oh, schöner Kick. Schöner Kick. Haben wir es doch noch irgendwie nicht geschafft gehabt. Immerhin etwas. Hätte ich gesagt gehabt, machen wir das so. Wollen wir es jetzt das. Und dann gehen wir zu Pinguin. Wollen wir sich da eine nette, kleine Belohnung ab. Let's go. Und gleich. Ja, das wird dann auch wieder nichts. Ja, du Depathe, miesgeburtenschlampen. Na, endlich. Geht doch. Sturzflug. Ah, ist halt wieder die Frage, ob es dann halt ein Tücher bräuselt. Oh ja, ein bisschen schneller fliegt es dann schon. Ein bisschen tut es dann schon schneller fliehen. Hm. Das muss man ja schon sagen. Bisschen jedenfalls zumindest. Aber das, dass man wieder mal umgekehrt macht, die Steuerung, muss ernsthaft neid sein. Das hat mich schon so damals noch damals schon abgefuckt. in der AKM-Reihe. Dass sie das gleich von Anfang an gleich gesagt haben, so ja, verkehrt ja um. Und dann fickt's euch mit umgekehrt. Fickt's euch einfach nur. Besiegen mit Würfen. Kein Passt. Sollte man merken. Sollte man definitiv merken. Besiegen mit Würfen. Gebetet, der merkt eh keiner was. Seien ja alle voll Idioten. Gehst du voll Idioten? Ne, was sagst du? Oh ja. Kiste. Wichtig und richtig. Wer weiß, wer weiß, was da mal wieder drin ist. Allah schon, Alter. Wir müssen labeln. Wir müssen unbedingt labeln, Tigi. Kann man zwar trotzdem irgendwie nicht vorstellen, dass wir alle Fähigkeiten daherkriegen, aber ich hoffe es. Irgendwann nochmal. War schon super. War schon super, wenn wir alle Fähigkeiten kriegen würden. Ich überlege noch. Hat irgendeine Drohne oder irgendwas zumindest in der Richtung? Ich glaube, sie hört es, gell? Sie ist so eine Drohnen-Lady. Was? Warte, was? Warte, warte. Da haben wir was. Ja, genau. Hat mich zwar selbst trofft, aber das nehme ich in Kopf. Gell, das hat mich aber schön getroffen. Legt mir immer esch. Huch! Huch! Die, die, die kennen sich aus hier! Die, die, die sind auch nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht hier. Hoppa! Mhm. Mhm. Einfach werfen. Was? Also, besiegen mit werfen! Ja, du bist lustig, Alter! Besiegen mit werfen, Alter! Leg mir walsch! Das ist wieder mal nix! Das wird definitiv nix! Das sag ich da jetzt! Ja, komm! Der ist trotzdem nicht mehr gegangen durchs Werfen! Du scheißvoll Idiot, Alter! Oder durchs Werf, Alter! Wir sind da nicht irgendwo bei einem Hochhaus, oder irgendwas zumindest. Wo ihr sagen könntet, wir könnten das machen. Was? 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 Das kann ich eigentlich noch immer nicht packen! Aber jetzt! Ja! Ja! Ja, komm, Alter! Weißt du wie wenig... Du machst so viel Schaden! Und so wenig Schaden mit dem Scheiß! Was ist da jetzt! Was ist ja da? Was ist denn da mit dem Tempo, Alter? Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Ja, ja, endlich! Bist du, Tepper! Das war jetzt aber ein Krampf! Das war jetzt wirklich ein Krampf! Passt, next! Gehst du da jetzt bitte mit der Wand mehr? Danke! Jetzt können wir so richtig wenigstens loslegen, Jungs! Und Mädels! Gott sei Dank! Wow, 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 wow! Da will es auch noch wissen! Ich bin... Oh, wow! Da magst du einfach deinen Move alles drum und dran, wieder mal wieder nix! Typisch! Und was habe ich dir Fähigkeit? Ganz ehrlich! Wenn ich es wieder nicht gescheit einsetzen kann! Manchmal frage ich mich wirklich so, bei manchen Fähigkeiten so, für was habe ich die überhaupt? Wenn ich die nicht einmal gescheit einsetzen kann! Oh! 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 Ja, von beiden Seiten! Alles klar! Ja, das kann ich von irgendeinem Team hier! Hey, hey, hey! Kümmer kann ich die Toschen! Mit der Elektrizität! Da kannst du schön essen gehen, oder? Die sind gefährlich, die Jungs! Nicht schlecht! Ich glaube, weil die halt einfach stärker sind, geht das glaube ich nicht! Ich glaube, das müssten so normale, starke Gegner sein! Und dann könntet man wenigstens vielleicht das ein oder andere nutzen! Aber da kann ich eigentlich im Prinzip nur das hier machen! Und tschüss! Ja, das ist das Einzige, was du machen kannst! Ja, das ist das Einzige, was du machen kannst! Sonst funktioniert dir eigentlich hier quasi die Fähigkeit gar nicht! Wie schade! Wie sehr, sehr schade! Sollen sie wenigstens mal da reinkommen! Schaut es wenigstens dir ganz anders aus! Das Einzige, was ich machen kann! Fähigkeitstechnisch! Dass die Schirmpuffmeier gehen! Wie der immer den scheiß verfickten Konter hier machen kann! Diese scheiß Missgeburt! Du müsst einfach nur ab und zu mal hinschlagen! Geht ja nicht! Weil dieser scheiß Missgeburt nur Rater einfach gleich mal Konter geben kann! Sehr gut! Und der andere Wichser die ganze Zeit irgendwas anderes machen kann! Ja, mit Schießen oder irgendwas! Im Prinzip! Beschossen! Kannst ja gar nichts machen, Alter! Das ist ja frech halt! Noch schlimmer als wie in der Akemreihe! Ja! 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 Super! Auf ausweichen! Tschüss! Mhm! Was ist mit der Herr, Alter? Wirst du stoppen oder was? Haha! Ja, aber wir stoppen! Süß! hauptsache ist so schnell wie möglich wieso muss da immer irgendeine missgeburt schießen was sagt einer weniger gott sei dank dass ich wollte gerade sagen so ich weiß nicht welcher gegner das ist aber ich hoffe das funktioniert nicht dein ernst